Darauf werden wir achten, aber wir freuen uns, dass wir vorher ins Gespräch kommen können. In Berlin hat sich Zeit für uns genommen. Professor Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin und eine sehr anerkannte Transatlantik-Kennerin. Also diese spezielle Welt, wo man immer ein bisschen auch auf die Zwischentöne achten muss. Frau Professor Lemke, beginnen wir erst einmal sozusagen mit der Statik dieses Besuches. Ein Arbeitsbesuch mit so viel Augenmerk hat es auch lange nicht gegeben. Muss er jetzt sozusagen mit dem Knicks dort vorfahren in Washington. Wie schätzen Sie es ein? Also ich denke, dass wir in ungewöhnlichen Zeiten leben. Der Krieg in der Ukraine geht mit großer Brutalität weiter. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass sich die westlichen Verbündeten absprechen. Also insofern leuchtet es durchaus ein, dass sich auch die beiden, ich sag mal so, wichtigsten Partner, die USA und Deutschland als größtes europäisches Land hier zwischenverständigen. Denn wir erwarten ja eine Offensive der Ukraine in diesem Monat noch. Also ich glaube, beide Seiten haben Interesse daran zu klären, verschiedene Szenarien durchzusprechen. Und insofern denke ich, kommt dieser Besuch auch zu einem wichtigen Zeitpunkt. Und wir hatten gerade im Beitrag noch einmal sozusagen die Anmerkungen auch von amerikanischer Seite und auch ein bisschen die Erwartungshaltung formuliert bekommen. Gerade zum Stichwort Ukraine, was ja nur eines der drei möglichen Kapitel dieses 60-Minuten-Gesprächs ist. Aber bei Ukraine erwarten die Amerikaner Führung und zu anderem durch Herrn Scholz in Europa. Die Frage ist, kann er das einlösen? Wie sehen Sie das? Ja, das ist schwierig. Also die Erwartung ist ganz klar von amerikanischer Seite. Nur wir haben jetzt ein Jahr Krieg in der Ukraine und haben gesehen, dass Deutschland relativ lange überlegt, beziehungsweise der Bundeskanzler lange sich Zeit genommen hat für wichtige Entscheidungen wie die Lieferung der Leopardpanzer. Er wird auch von anderen europäischen Ländern, insbesondere von Polen und den baltischen Ländern eigentlich nicht sehr geschätzt, weil man dort das Gefühl hat, dass Deutschland nicht immer die Interessen dieser Länder mit im Blick gehabt hat. Also es ist schwierig für Deutschland innerhalb Europas eine Führungsrolle zu übernehmen. Und es kommt natürlich dazu, dass Deutschland auch aufgrund der besonderen Geschichte nicht so in vorderster Linie stehen möchte. Das ist eine bewusste Entscheidung. Also es gibt die Erwartung auf Seiten der USA, aber eine gewisse Zurückhaltung auf Seiten Deutschlands, dass einen größeren Einfluss ausüben könnte. Aber entschieden hat es eigentlich nicht zu tun ohne die Amerikaner. Frau Professor Lemke, neben der Ukraine-Frage stehen noch zwei weitere Kapitel mutmaßlich auf dieser 60-Minuten-Agenda, nämlich China, dieser komplizierte Weltmacht und für alle schwer zu fassen und gleichzeitig auch noch der Inflation Reduction Act. Was muss Scholz da mitbringen auf seinem Rückweg nach Deutschland, damit man einigermaßen zufrieden sein kann? Die amerikanische Haltung gegenüber China ist ungleich schärfer als die deutsche Haltung gegenüber China. Für uns ist China ein sehr wichtiger Handelspartner und es gibt viele deutsche Firmen, die dort investieren. Aber falls China tatsächlich Waffen liefern sollte an Russland, dann ergibt sich eine andere Situation. Dann sind Sanktionen angesagt. Und ich glaube, dass die amerikanische Seite sich rückversichern will, ob Deutschland in diesem Fall dann auch wirklich mitzieht. Was den Inflation Reduction Act angeht, das ist sehr interessant, dass die Amerikaner jetzt ganz gezielt auf Basis dieses Gesetzes erneuerbare Energien fördern, durch Steuervergünstigungen, durch Subventionen. Das kann Europa gar nicht bieten. Die EU erhebt keine Steuern, sie kann keine Steuervergünstigungen bieten. Und wir beobachten, dass deutsche Firmen abwandern in die USA, weil es dort günstigere Bedingungen gibt. Und das ist natürlich für die erneuerbaren Energien, für die deutsche Industrie hier im Lande ein großer Nachteil. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Christiane Lemke, Politikwissenschaftlerin und anerkannte Transatlantik-Kennerin. Ein gemeinsamer Sofa-Termin mit beiden ist auch schon was. Nicht jeder bekommt eine gemeinsame Pressekonferenz. Danke nach Berlin.